Wir fangen an mit Steffen Rohr für den Kicker. Hallo zusammen, eine Frage an Paul Dardai. Es geht am Freitag nach Paderborn, wieder gegen einen Tabellennachbarn. Welche Art von Spiel erwartest du, Paul? Welche Art von Fußball hat der Gegner? Und hat Paderborn nach dem Abgang von Florent Muslia im Januar seine Spielweise in irgendeiner Form verändert? Also Stefan, du hast geschrieben, dass Hertha BSC kein Konzept hat. Und so lange, dass du so siehst, will ich bitte die nächste Frage. Dankeschön. Steffen Rohr für den Kicker, bitte. Ich würde gerne meinen Job machen, Paul. Ich versuche es nochmal. Steffen, stell ruhig deine Frage. Vielleicht kann Fabi Rehse sie auch beantworten. Dann machen wir weiter mit Carsten Priefer, BILD-BZ. Vielen Dank.